Kein Kummerspeck, so sexy ist die neue Lindsay Lohan. Lotta Lilo ade, Lindsay Lohan is back. Seit diesem Sommer lebt und arbeitet die Schauspielerin in London. Und man muss sagen, Hollywoods Sorgenkind erholt sich auf der anderen Seite des großen Teichs prächtig. Die Tage der Drogen- und Alkoholexzesse sind Schnee von gestern. Andauernder Ärger mit dem Gesetz wie hier in den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013. Pustekuchen. Die Zeit der schlechten Schlagzeilen scheint endlich vorbei. Lilo zeigt sich von ihrer besten Seite. Ja, auch ihren leichten Gewichtsschwankungen von vor einigen Wochen hat die 28-Jährige den Kampf angesagt. Mini-mini-Winter-Wohlfühlpfunde ja? Kummerspeck nein? Lindsay zeigt sich glücklich wie lange nicht. So glitzernd wie ihr sexy Kleid erstrahlt das Starlet hier auf einer Veranstaltung in der englischen Hauptstadt. Lindsay liebt London und London liebt sie. Ein neues Leben will schließlich auch einen neuen Look. Die Ex-Skandal-Nudel möchte nie wieder zurück in die USA und plant ihre Zukunft nun in Europa. Man kann der wiedergeborenen Lilo nur das Beste wünschen. Vielleicht gelingt ihr im Jahr 2015 dann auch endlich das große Leinwand-Comeback. in Deutschland und in Deutschland enthalten dieser F Holler sch remedierende Oberta